Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Mittwoch, dem 3. August 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1229. Und ja, ich bin wahrscheinlich wieder zurück. Ich muss es mal ausprobieren, wie es heute klappt. Und werde dann schauen, wie es in den nächsten Tagen schaffen werde, solange die Stimme einigermassen hält. Dieses Sternchen-Zekka-Corona ist einfach eine grosse, 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 lass mal das Thema. Heutige Thema, das ist zum Beispiel Instagram, Google, 12th Auf, Apple Arcade, WhatsApp, Cybertruck, Sure, MV7, Spotify und MyStrom. Ich habe das eine oder andere Thema, was in den letzten eineinhalb Wochen mit drin war, ist auch noch in diese Episode mit reingenommen, wo ich gedacht habe, das passt irgendwie. Instagram hat ein neues Karten-Feature ausgerollt und ich denke, das wird etwas, was grösser werden könnte. Denn wir wissen schon länger, dass Apple mit Maps und Google mit Maps, vor allem Letzteres, ganz stark am Ausbauen der Metadaten der ganzen Karten ist. Vor allem die Bewertungen der Kunden und so weiter und so fort sind natürlich Gold wert für die Zukunft, für dieses AR und VR, was auf uns zukommen wird. Jetzt hat, wie gesagt, auch Instagram ein gröberes Update für die genannten Kartenfunktionen ausgerollt. Hier kann man jetzt gezielt nach Restaurants, nach Hotels und so weiter suchen. Das heisst, wer in fremden Städten ist und sowieso viel mit Netflix, also Netflix genau, mit Instagram unterwegs ist, der wird vielleicht auch das eine oder andere Restaurant da drüber finden, weil da eben auch die ganzen Informationen dahinter stecken. Und hier kommt dann natürlich die grosse Möglichkeit, die grosse Power von Facebook dazu. Da ist nicht nur Instagram-Daten, da kommen sicherlich auch Facebook-Daten und auch WhatsApp-Daten mit rein. Da kann man das Ganze dann schön miteinander ausspielen. Als Kartenbasis nutzt übrigens Instagram, zumindest auf der Apple-Seite, Apple Karten Maps. Weiter geht's mit Google. Die testen ab diesem Monat, ab August, AR-Brillen. Und zwar neue, unterschiedliche AR-Brillen, die sie irgendwann dann mal rausbringen möchten. Das Google AR und VR-Team hat bekannt gegeben, dass gewisse Mitarbeiter von Google eingeschränkte Brillen testen werden. Die können keine Video- und keine Bildaufnahmen machen, aber ansonsten wird das mal getestet. Ich bin da schon auf die ersten Leak-Bilder dazu gespannt. Ein kleines Update gibt es für das, was ich euch im letzten Jahr auch vorgestellt habe. Die Hoover Bar Duo von 12South. Das ist ein Teil, das man brauchen kann, wenn man ein iPad hat, um das besser auf dem Tisch zu platzieren. Hier links von mir steht das Teil mit dem iPad Air drauf. Der Mike, der auch mit Podcaster vom Geek Talk, dem grossen News-Format, hat das auch. Und das hat ein Update erfahren. In der zweiten Generation ist der Wechsel zwischen dem Desktop-Modus und dem Hänge-Modus, also dem, wie man es aufhängen kann, deutlich einfacher gemacht. Man muss da kein Werkzeug mehr dazu nutzen und eine Schraube lösen. Das Ganze geht über ein Clip-Verfahren. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Weiter geht es mit Apple Arcade. Wer kennt es nicht, das Apple-Spiele-Angebot. Und da hat man ja immer schon gesagt, da sind irgendwie ca. 100 Spiele drauf. Es kommen auch immer wieder neue dazu. Es gehen aber auch immer wieder mal welche. Was passiert mit den Spielen, die gehen? Apple hat das jetzt mal rausgegeben. Die bleiben noch ca. zwei Wochen für euch dann zum Spielen in eurer Library quasi drin. Und dann fliegen sie raus. Gibt es ein Pendant im App Store, also eine normale Version, könnt ihr euch die kaufen. Dann aber kann es sein, oder eben runterladen. Dann aber kann es sein, dass ihr vielleicht die Werbeangebote mit drin habt. Und oder auch In-App-Purchases. Davon ist man da natürlich nicht mehr befreit. Bisschen unschön, wenn man da Spiele lieb gewonnen hat und sie gerne so weiterspielen möchte. Aber halt, ja, ist so. Ist halt auch eher so für den Casual-Gamer, würde ich immer sagen. Respektiv für mich perfekt geeignet. Und deshalb habe ich es auch. Und ich komme vielleicht irgendwann auch zum Spielen. Dann gibt es tolle Neuigkeiten. Oder gab es tolle Neuigkeiten? Also in Anführungs-Schlusszeichen tolle Neuigkeiten. Was hat mit WhatsApp zu tun? Was kann WhatsApp? Ja, endlich können Chats zwischen Android und iOS einfach übertragen werden. Mein Gott, hat das lange gedauert. Jetzt ist es aber möglich. Wer also will, kann das endlich tun. Dann hat auch Elon Musk, genauer gesagt, während der Tesla-Geschäftsergebnisse, Quartalszahlen vom letzten Monat, bekannt gegeben, dass es jetzt ein bisschen genauer wird. Nämlich mit dem Cybertruck. Dieser soll nicht irgendwann im 2023, sondern geplant, so circa im Sommer 2023, auf den Markt kommen. Da haben unter anderem verschiedene Dinge mit eingespielt. 2019 wurde vorgestellt, hätte per 2021 oder Ende 2021 in Produktion gehen sollen. Wir wissen, dass er in Shanghai hätte produziert werden sollen. Und da ist halt eben das Problem, die waren ja mehrfach in der Corona-Lockdown-Krise komplett zugemacht. Und somit gab es da Stau. Und da musste dann Tesla natürlich die anderen Modelle, die es aktuell gibt, befeuern, als die jeweilige Fabrik wieder geöffnet hatte. Ist verständlich. Schade, aber halt auch verständlich. Hier hat natürlich Ford davon profitieren können anscheinend. Mit ihrem Ford F-150 Lightning haben sie ihren eigenen e-Pickup vorgestellt, der mittlerweile zu haben ist. Zwar nur in den Staaten, aber ja, da gibt es jetzt Lösungen für Leute, die interessiert sind in dem Bereich. Neuigkeiten gibt es auch zu einem vor mittlerweile zwei Jahren vorgestellten Mikrofon, dem Shure MV7, was hier links von mir hängt. Das gibt es neu und in der kurzen Zeit in der Farbversion White Noir, sprich in Weiss mit schwarzer Aufschrift, Shure, also dem Werbeeffekt drauf. Das Ganze gibt es ab irgendwie 299 Währungseinheiten, ab Anfang August, also ab jetzt zu kaufen. Wer mag und noch nicht hat, kann da gerne zuschlagen. Und weiter geht es mit Spotify. Auch die haben ein Update rausgehauen. Und zwar aber, ich beginne mal mit, was es ist. Genau, zum Beispiel der Wiedergabe und der, wie heisst das Teil, nicht linear wiedergegebene, sondern per Zufall wiedergegebene Knopf, der kombiniert ist, wird jetzt neu als doppelter Knopf ausgewiesen. Also es gibt einen Shuffle, jetzt habe ich einen Shuffle-Button und einen Play-Knopf, aber das gibt es nur für bezahlende Kunden. Nicht bezahlende Kunden bekommen weiterhin den normalen Button ausgerollt. Spotify hat gesagt, das soll einen besseren Produktexperience ausweisen oder vorbringen. Was sie aber nicht gesagt haben, ist, dass das Ganze anscheinend auf Proteste von Künstlern Einzug erhalten hat. Und da hat man das Ganze einfach totgeschwiegen. Auch totgeschwiegen hat man das Thema HomePod, die Integration in HomePod. Wollte man ja schon lange machen. Spotify sagt immer, Apple ist schuld. Apple sagt, wir haben es offen, macht es, nutzt es. Da es andere Anbieter fertigbringen zu integrieren, glaube ich einfach, dass hier Spotify nicht ganz so auf der Höhe ist. Was ich auch glaube, ist, dass Spotify generell dahingehend ein bisschen ein Problem hat. Denn man hat ja auch parallel als Apple die Lossless-Funktion und die Apple-Music-Hifi-Qualität ausgesprochen hat, angekündigt und direkt geliefert hat. Am Anfang mit 20 Millionen, dann ein halbes Jahr später mit 80 Millionen Titeln. Da hat man ja gleich gesagt, wir machen das auch. Da wurde es auch ruhig und bis jetzt heisst es nichts mehr dazu. Also anscheinend bekommt auch Spotify das nicht hin. Dann geht es weiter mit einem Schweizer Gadget, MyStrom. Die machen verschiedene smarte Produkte, unter anderem smarte Steckdosen, Steckdoseleisten etc. Und die kann, oder eines dieser Teile bekommt jetzt auch noch ein Update, ein Firmware-Update. Der WiFi-Motion-Sensor, der kann jetzt auch Apple HomeKit. Das heisst, er kann die Bewegungen damit erfassen und dann eben ins Apple HomeKit-Universum bringen, wo man das Ganze dann mit anderen Produkten, die ebenfalls HomeKit-kompatibel sind, zusammenbringt. Das Spannende an dem Teil ist, es ist, wie soll ich sagen, nicht nur eine reine Bewegungsmelder, sondern es kann auch unterschiedliche, also dunkel und hell unterscheiden. Und es misst, wie fast alle MyStrom-Produkte, auch noch zusätzlich die Temperatur. Und auch diese wird einzeln an HomeKit ausgegeben. Somit hat man auch neben dem Bewegungsmelder gleich auch noch einen Temperatursensor bei sich im Raum, wo man den dann drinstecken hat. Und dann gibt es Gerüchte rund um TikTok. Die sind schon älter, weil zum einen es TikTok schon in gewissen Ländern macht, wie, ich glaube, Indien ist da mit dabei und Pakistan, Brasilien, einfach so ein paar kleinere Länder. Da gibt es mit Reso eine App, die Musik anbietet, also wo man Musik kaufen kann, die man auf TikTok gehört hat. Und jetzt in den Staaten hat man TikTok Music patentieren lassen oder besser gesagt schützen lassen als Markenname. Und jetzt wird natürlich spekuliert, ob TikTok das Gleiche auch global ausrollen wird. Das wäre natürlich vor allem für viele junge Menschen ein Ding, wo sie dann nicht mehr zu Spotify und oder Apple Music oder Deezer gehen würden, sondern ganz im TikTok-Universum. Es bleibt und oder wird spannend, was das Ganze anbelangt. Und vor allem spannend, ob da was kommt oder ob man da einfach sich den Namen gesichert hat. Wir werden es sehen. Ich werde euch darüber informieren, wenn es dann soweit ist und oder interessant ist und ich es mitbekomme. Ansonsten euch noch einen schönen Tag und ja, habt noch ein bisschen Geduld, falls es doch morgen wieder nicht klappen sollte. Die Gesundheit ist noch sehr angeschlagen, aber ich gebe alles. Somit, wir hören uns bald schon wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.